Alter, jetzt verballer ich hier meine ganze Munition. So war's. Ich habe hier doch gerade noch Tentakel gesehen, oder nicht? Tentakel? Ne. Doch. Natürlich war da noch jemand. Okay. Da oben sind wir rausgekommen. Hier ist ein... Sicherheit... äh, achso, Mülleimer. Ne. Hä? Was ist denn das? Hä? Das ist doch ein Mülleimer. Warum kann ich... Ne, es bewegt sich. What the fuck? Keine Ahnung, was das ist. Da ist auf jeden Fall eine... Ach, das ist eine Kloschüssel. Okay, ich dachte, da würde eine Rüstung liegen. Oh. Blaue Zugangskarte. Na gut, und wo kommen wir jetzt? Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Hier, ah, hier wäre auch ein Lichtschalter. Super. Gut, von da sind wir gekommen. Groovy. Groovy. Äh, ist hier vielleicht was hinter? Ne. Da oben ist aber noch ein Lüftungsschacht. Da können wir nochmal... Oh. Ich sehe dich. Autsch. Da. Da. Scheiße. Okay. Dahinter war auf jeden Fall so ein komischer Schalter. Ach shit, ich hätte speichern sollen. Hier war noch irgendwo eine, oder? Hier? Ja. So, speichern. Und jetzt mache ich erst mal ein Licht an. Okay, blaue Zugangskarte. Die hätten wir. Das hätten wir. Da sind Kraten hinter, aber... Durch dieses Teil komme ich, glaube ich, auch nicht durch, oder? Ich lasse das erst mal. Was können wir denn mit der blauen Zugangskarte machen? Da hinten brauchen wir, glaube ich, die gelbe. Hier ist dieses Rätsel. Wow. Gucken wir erst mal hier in die Kantine, oder was auch immer. Ich sehe dich. Irgendwo hier. Stirb. Okay. Ich höre doch schon wieder... Pickups. Irgendwo höre ich auch schon wieder eine Krake. Uah. Oh. Groovy. Groovy. Wieso bewegen sich diese Mülleimer, wenn man dagegen tritt? Kann ich... Ah, ja, Licht. Licht ist immer gut. Okay. Haben wir sonst irgendwas? Nee. Kann ich hier vielleicht untertauchen? Uah. Stirb! Oh, ich mache das so gut aussehen. Hm. Lecker. Ein riesiges Auge. Ist das hier wieder die Waschanlei... Wasch... Äh, nee, Quatsch. Geschirrspüler. Kann ich untertauchen? Nein. Hier vielleicht? Nein. Da ist... Oh, Energie. Hier brät noch irgendwas. Kann ich hier wieder untertauchen? Ja, natürlich. Immer in der Spüle ist so ein riesiger Wasserraum. Oh. Oh. Shit. Wieso muss da jetzt wieder ein Schild sein? Was ist denn hier? Kann ich da nicht? Hä? Kann ich hier nicht rein? Ich will hier rein. Lass mich hier rein. Verdammt. Ich komme da nicht rein. Aua. Shit. Okay, irgendwo müssen wir dieses Schild hier noch abschalten. Im Moment kommen wir da nicht weiter. Da ist eine Tür. Fuck. Ich glaube, das ist die... Der Raum, den wir gesehen haben. Mit den Kraken. Uah. Das war am eine. Uah. Hahaha. Das waren zwei. Dunkle Räume sind böse. Groovy. Ah. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich sehe hier wieder nichts. Rein gar nichts. Na gut. Ähm. Munition. Nee, können wir nicht mitnehmen. Gut. Dann haben wir hier alles abgegrast. Dann müssen wir hier nochmal eben hin und dieses Rätsel lösen. Vielleicht. So. So. Bö. Ah. Uah. Scheiße. Scheiße. Ich bin hier. Ich bin hier. Na komm. Einer ist noch in der Ecke. Da ist wieder ein Schild. Da kommen wir nicht durch. Äh. Da hinten ist wieder ein Rätsel. Da komm schon aus deiner Ecke hier raus. Scheiß Camper. Gut. Da kommen wir nicht ran. Beziehungsweise die kommen auch nicht an... Oh. Die kommen auch nicht an uns ran. Was brauchen wir denn hier? Gelb. Nee. Brauchen wir hier die blaue? Ja. Brauchen wir. Uah. Uah. Ah. Lass mich hier weg. Lass mich hier weg. Ah. Stirb. 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 Da ist noch... Hä? Was hängt da an? Ach, das ist so ein Jabber, glaube ich, wieder. Habe ich Chaingun? Nee, das sieht übel aus. Das ist ein Jabber da in der Ecke. Komme ich davon hier ran? Stirb. Oh, 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 oh. Ach, wo kommt der denn her? Okay, der ist tot. Bööö. Tja, keine Ahnung, was das ist. Ist hier was hinter? Nein. Ist hier was hinter? Nein. Können wir hier... Achso, das ist der Schild. Energie nehmen wir doch gerne mit. Ein paar wichtige Persönlichkeiten. Sehr hübsch getroffen. Gut, da ist wieder eine... Achso, ein Rätsel. Und hier sind wir jetzt... Kann ich ja... Ja. Genau, jetzt sind wir hier oben. Was uns aber irgendwie nichts bringt. Ähm... Rote Zugangskarte. Wo haben wir die gebraucht? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich mache erst mal dieses Rätsel hier. Oh, das ging schnell. Ah, jetzt sind wir hier... Ah, okay. Das ist Tür Nummer drei. Gut, wo war die rote Zugangskarte? War das hier? Äh, hier. Ja, genau. Das sieht irgendwie nach Falle aus. Oder auch nicht. Gut, Putzeimer, Besen... Schild, alles kaputt machen. Können wir da irgendwie... Kann ich da jetzt rein? Oh, Tatsache. Wie passe ich denn hier bitte durch? Ist ein bisschen eng, oder nicht? Oh. Okay. Achso, ne, die kann ich ja nicht kaputt schießen. Habe ich noch eine Pipe... Ja, Pipe Bombs habe ich noch. Ähm... Vielleicht so? Vielleicht auch nicht. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Mission Impossible. Kann das sein? Hm... Vielleicht... Wow, 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 wow! Alter! Okay. Merke, nicht in dem Schacht stehen bleiben. Ach, lass mich raus. Okay. So, und jetzt können wir da runter. Will ich denn da runter? Ich... Ja. Äh, will ich da runter? Oh. Wow, wow! Stirb, stirb! Alter, alter, alter! Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Oder nicht? Oh, alter. Na, geil. Der letzte Typ hat uns erwischt. Na gut. Raus hier! Okay, wie stelle ich das jetzt am besten an, ohne zu sterben? Ich speichere hier erst nochmal. Die Türen gehen ja wahrscheinlich erst auf, wenn ich da unten bin. Oh, und es ruckelt, es ruckelt. Stirb! Stirb! Well, das war Spaß. Stirb! Du auch. Und du auch. Und du. Und... Alter, wie viele sind da drin? Okay, das war's. Oh, scheiße. Munition brauchen wir nicht. Da, ein bisschen Energie. So, erstmal speichern. Gut, und was machen wir jetzt? Hier schon mal nichts. Achso, hier ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Toll. Ist hier drin irgendwo was? Hier? Nee. Hä? Wie komm ich denn jetzt? Wird ich jetzt blöd? Hier gibt's denn irgendwo eine versteckte Tür? Nee. Ähm, so. Oh. Okay. Aber jetzt komm ich da nicht ran. Dann fahren die ganz nach unten. Hä? Muss ich das jetzt immer... Kann ich da rutsch? Achso, das geht. Äh. Na toll. Das heißt, jetzt wieder ein bisschen rumprobieren. Da kommt schon so und vielleicht noch den da. Nein. Den aus. Den aus. Den. Ah. An. Aha. Aha. Geöffnet. Speichern wir nochmal. Ähm. Munition sieht ein bisschen schlecht aus. So, und jetzt können wir... Ah. Aha. Hier ist jemand durch die Wand gefallen. Okay. Sicherheitszugang ist hier sonst vielleicht... Uah. Haha. Natürlich ist da noch irgendwo was. Und der gute Pickup hat mich gerade durch die Wand angeschossen. Aha. Okay. Stirb. Kann der hier irgendwas? Nee. Kann ich den kaputt machen? Auch nicht. Ist hier irgendwo ein Secret? Nein. Vielen Dank.